...RTX 4C50, nicht wahr? Hallo, da seid's. Entwebungen hier. 300er Pink. Du bist immer der Zweite, das ist der Klau, oder? Warum? Weil B der zweite Buchstabel ist im Alphabet. Wer macht das Alphabetisch? Da müsste ich der Erste sein. Nee. Er macht das Studio, er ist der Anfang. Du bist erst vor mir in seinen Videos gewesen und du fängst mit B an, Alter. Okay. Thema. Das ist nämlich das Stichwort. Ja. Okay. Can I do that? Hallo, da seid's. Lippium hier. Lippium hier. Nova auch am Start. Und ja, willkommen zu nem... Ich nenn's einfach mal V-Log. Oder? Kann man's V-Log nennen? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, das ist dein Ding. Ich nenne jetzt einfach V-Log, ja. Ja, wir feiern wieder mal einen Geburtstag. Diesmal ist es der 15.10. Nicht so wie vorher, denn es ist ja der 16.10. Und wie man schon sehen kann, ein Kollege fehlt. Der ist, glaube ich, Kippen holen gegangen oder Milch holen, eins von beiden. Nein. Wer ist weiter? Nein. Okay. Naja, NGW ist auf jeden Fall der Boy hier. Der hat ausnahmsweise mal wieder was parat. Hab ich das? Ja. Weiß ich nicht, von was du redest. Nicht, oder? Oder redest du von diesem massivgoldenen Paket? Ja, genau. Blattgold überzogen. Ja, genau. 24 Karat. Hm, 58 Karat. Das ist ziemlich schwer, ne? Ja, ist es. Nimm es mal lieber ab, bevor es mir... Okay. Ja, der Kollege hat mir tatsächlich ein Geschenk vorbeigebracht. Also, danke dafür. Ja. Abonniert ihn alle, auch wenn er nicht aktiv ist. So eine Direktion. Boah, Junge, alte Schnauze. Ja, das letzte Video von dir ist auch schon ein bisschen länger her, ne? Na ja, vielleicht. Vielleicht vier? Zwei, glaube ich, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ich bin mal gespannt, was der Boah mir hier geschenkt hat. Er meinte irgendwas mit Pack-Opening, halt so... Mein erster Gedanke wäre bei Yibyo-Karten oder Lieferkarten. Keine Ahnung. Das sind die krassen neuen Sammler-Editionen von Pokémon, Alter. Vielleicht findest du halt nur eine erste Edition. Keine Ahnung. Okay, ich bin echt mal gespannt. Mach dir mal das Ding auf, würde ich sagen. Ich bin dir mal sehr gentel. Das ist der Auffall, ja. Ich versuch's zumindest. Das ist doch die Kontrolle, die wir halten noch später, oder? Nimm deine Hand und reiß auf. Ich bin allgemein sehr sanft. Das werden die Frauen uns zu schätzen wissen. Das kann ich bestätigen, ja. Okay, die Stunde der Wahrheit, Leute. Ja, so lange wie du dafür brauchst schon, Alter. Sheesh. Wow. Also hab ich nicht geraten. Also, wo sind meine 10 Euro? Ich mach's. 10 Euro. 10 Euro, Alter. Ja, genau. Ich mein, wenn du das Quiz gewinnst... Ja, okay. El Dorado. Oh, nice. Maximum Gold. El Dorado. Warum nicht El Bandulejo? Weil El Dorado von den Spaniern für Gold, oder's du packest. Ja, ich weiß. Ja, also. Das war ein Meme. Nö. Dann gehen wir mal schauen. Was? Mit jeweils 7 Karten. 2 Premium Gold Rares und 5 Rares. Was sind Premium Gold Rares? Ja, das ist ja nur für diese Maximum Gold El Dorado. Da gibt's Karten, die sind Leute umrandet. Okay. Und die sind halt wert. Weißt du, was ich mein? Ja. Hm. Sollen wir's gleich auf die Hand aufmachen, oder? Ja, warum nicht? Okay. Also wenn du Geld verdienen willst, hast du's versiegelt und 20 Jahren verkaufst du's. Ja, genau. Oder wie bei jetzt Pokémon Pack Opening. Ja, genau. Und dann so. Boah, das ist die Karte, Digga. 20.000 Euro. Turn it go. Ja, ich hab mir erstmal für 2.000 Euro Pokémon Packs gekauft. So nach dem Motto. Weißt du. Mach nochmal, mach ne Best Thumbnail, Alter. Digga. Alles klar. Einfach Gold geschenkt bekommst zum Geburtstag. What the f- Aber wir haben das jetzt auch hier vor der Kamera haben. Auf jeden Fall. Danke dafür. Approved, Alter. Ja. This is the best deal in Deals of History ever. Top 10 Businessmen. Yes. Storms Rises. Ey, jetzt mach auf, Alter. Hast du ein Messer? Nee, hab ich muss einfach so. Ja. Ja. Das ist frei. Ja. 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 Ok, jetzt haben wir die beiden Seiten geöffnet. Halleluja! Ja, ist so. Warte, ich muss ein Plotfest. Da ist noch was hier. Ich hoffe nicht. Magic. Magic. Nur, dass du viel mehr hast für die Kamera. Ich würde sagen, ich kann ja mal nur eins aufmachen und den Rest vielleicht mehr sehen wollt, dann könnt ihr es ja ruhig in die Kommentare schreiben. Machen wir so, oder? Nur ein Pack für dieses kleine Video. Ok, Mystery Pack Nummer 1 von 7. 4. Oh, ja, 4. Hahaha, das ist der Punkt. So ein Ding hat 7 Karten, ja, wenn nicht, ok. Na dann schauen wir mal. Tschüss, aus ULEN in Real Life. Ok, mal schauen, was haben wir hier? Wir haben Nummer 9, Dyson Sphäre. Oh, die Dyson Sphäre. Ja. Tschüss. Ein X, Z, X, Y, Z. Das ist vielleicht die Nähe. Ich kenne nur den Dyson Staubsauger. Die Dyson Sphäre, das kannst du von Sternenergie absaugen und als Antrieb benutzen für Planeten. Genau, das benutzen Level 2 hier, also Zivilisation, glaube ich. Ey, jetzt wird das hier zu viel und vollzwimmen, Alter. Ja, genau. Das ist kein Physikkanal. Ja, noch nicht. Dann hier Witterungs-Mattern-Regeln. Äh, ja, solider. Die Effekte müsste ich mir noch genauer durchlesen. Für das Video wird es jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Dann noch ein weiteres X-Monster. Ich frage mich hier so, dass es gerade ist. Ja. Das ist so viele Sachen, dass eine, eine einzige Karte oder zwei Karten so rausschauen. Nummer 1, Tor Trini. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Müsste ich mir genauer durchlesen, ob die gut sind oder nicht. Oh, wir haben hier einen Link-Monster. Link. Maboi. Der ist im Ernst. Ja. Hm? Ja. Zugegeben, mit Link kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Muss ich mir halt auch anschauen, wie es geht. Unterbruchene Linie. Oh. Eine Liga-Deaktivierung, quasi das Zerstöre die Karte. Oh. Also so ein bisschen wie... Dingens kann man sagen. So ein bisschen wie ein mystischer Raum-Typhoon. Ja, sowas. Okay. Nice. Und das sind jetzt diese Eldorado-Karten, ne? Genau. Okay. Leiner oder Lyna mit ihrem Vertrauten. Ja. Hast du ein Vertrauter? Ja. Hast du ein Vertrauter? Ja. Hast du ein Vertrauter? Das ist das Vier, Alter. Ja. Aber ja, da sieht man es. Schön fancy. Holographisch und so. Gold, Alter. Schisch. Deswegen kosten die auch so viel. Ja. Mhm. Und Streichbuben zu Hause. Das ist eine Fels-Auber-Karte. Okay. Ja, auch fancy. Ja, solide. Also wie gesagt, echt nochmals. Danke dafür. Ihr könnt ihn ja gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Er hat auch schon sieben Abos. Ja, krass. Durch mich. Mit, oder? Ja, krass. Ja. Wilde Sache, Alter. Vielleicht hol ich mir mal so ein ganzes Display. Dann machen wir mal riesen Hangover-Ding. Was ist da dann so? Keine Ahnung. Ja. 200 Euro gefühlt. Ja, kann man auch machen. Ja. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall. Neiße Sache. Ja, wie gesagt. Wenn ihr die anderen drei Openings auch hier sehen möchtet bei mir, dann lasst ihr mich auf jeden Fall wissen. Das war das. Jungs, ich hoffe, euch hat dieses kleine Pack-Openings gefallen, Alter. Wenn ihr drei weitere sehen wollt, Alter. Lasst einen Like da. Lasst einen Mies im Kommentar da. Und sagt einfach. Einzel Chad Weger. Keine Ahnung. Dann werden wir wieder durchziehen. Also er wird durchziehen. Ich nehme mich. Aber er wird das nochmal. Und nicht vergessen. Abonnieren und Glocker aktivieren. Um nichts zu verpassen. Das ist ein Tio. Ne. Also wie gesagt. Genau. Hier seht ihr das Tio und hier seht ihr das Tio. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Ja genau. Und die Kollegen finden wir unten in der Videobeschreibung. Genauso wie dir bei unseren sozialen Medien Kanälen. Bzw. in Noras Fall asoziale Medien. Oh. Hat dein Maul. Hat dein Maul. Hat dein Maul. Hat dein Spaß. Hat der FK. Hat der FK. Ja wie gesagt Leute, wenn ihr die anderen drei sehen wollt, lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und. Ja. Wir werden übrigens danach auch noch ein Video aufnehmen. So eine Art Gameshow habe ich auch schon in Community Tab geschrieben. Ja. Ich bin mal gespannt wie die sich dort schlagen werden. Scheiße. Ja. Let's go. Wir haben. Und wie immer Leute, Social Media Kanäle und Co. findet ihr unten in der Videobeschreibung. Von mir und auch von denen. Und damit. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. See you. els